Also wir sind jetzt am Talchik Turmsbad, in 300 Metern. Und dann geht es weiter zu der Schlucht. Also wir sind jetzt bei der Margarethenschlucht. So, herzlich willkommen Leute! Auch ein Hallo von Schatzi? Ja, also geht doch. So, heute sind wir mal unterwegs und Schatzi hat arbeiten müssen, die habe ich jetzt abgeholt. Und jetzt sind wir gerade gestartet, schnell getankt, Red Bull dabei, alles dabei. Und jetzt kann ich schon direkt losgehen und zwar machen wir heute ein bisschen kleinere Strecke und besuchen einfach mal irgendwelche, ja was weißt du Schatzi, einen Turm und einen Wasserfall, gell? Ja, so eine Schlucht und sowas. Und da sind wir jetzt mal unterwegs und schauen mal wo es hingeht und ob das dann heute geil wird. Ich습니다. Ich nächste Woche immer wieder. So, gleich Toronto. Untertitelung. BR 2018 Also wir sind jetzt am Talchik Turm, bei 300 Metern. Und dann haben wir eine gute Aussicht. Untertitelung. BR 2018 So, wir sind jetzt am Talchik Turm angekommen. So heißt der, gell? Ich glaube, Talchik Treppe war richtig steil. Und jetzt zeigen wir euch mal die Aussicht. So, wir sind jetzt am Talchik Turm angekommen. So, wir sind hier. Wir waren jetzt oben auf dem Turm. Und heute war sehr viel los. Liegt wahrscheinlich daran, weil jetzt der Feiertag ist. Und ja, kaputt sind wir jetzt. Kaputt sind wir jetzt. Und ja, war sehr anstrengend. Jetzt geht es auf jeden Fall zurück zu den Mopeds. Und dann geht es weiter zu der Schlucht. Bis später. 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 Wir sind jetzt bei der Margareten-Schlucht, was es genau ist, wissen wir nicht. Auf dem Bildeinsatz sah es aber richtig schön aus und jetzt gucken wir es uns einfach mal an, gell? Ja. Also. So, wir sind jetzt da. Am Duschen. Ja, ganz nass, aber geil. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, wir hatten jetzt ein bisschen Fußmaug, aber egal. Ja, ganz nass. Ja, ganz nass. Ja, ganz nass. So, das war's jetzt von uns aus. Bei uns ist der Tag gelaufen. War ein ziemlich langer Tag. Wir mussten auch viel laufen und hat sich aber auf jeden Fall gelohnt. Wir haben coole Sachen erlebt und waren jetzt auch nicht so weit weg. Und für uns geht es jetzt nach Hause und dafür noch ein bisschen was essen, oder Schatzi? Genau. Und in dem Sinne. Ciao. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Und Chills, oder? Ja. Wink mal schön. Ja. Ja.